Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal Gamer Gemisst. Bei dieser Review hier kann ich mich nicht zusammenreißen und werde, was das angeht, ein wenig lauter leider. Tut mir jetzt schon mal leid. Außerdem ist diese Review auch gemischt mit einem Skript, was ich gerade vorlese, und Improvisationen, da meine Wut dadurch auch, glaube ich, mehr zur Geltung kommt und ich das nicht alles einfach aufschreiben kann. Sonst habe ich ja immer ein Skript, aber dieses Mal geht es einfach nicht anders. Die Gameplay-Szenen sind neu aufgenommen. Im Stream habe ich dieses Spiel aber auf schwer durch. Hier spiele ich es gerade auf leicht, damit ich mehr Szenen schnell zeigen kann und ich es hinter mich habe. Dieses Spiel hat mich ab der Hälfte nur noch gebrochen. Und nein, es lag nicht daran, dass ich das Spiel auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad durchgezockt habe, sondern weil dieses Spiel Aggression hervorbringt, durch unzählige Bugs und dummen Spielentscheidungen. Ich werde die absolut grandiose Story, Achtung Ironie, nicht spoilern. Dafür werde ich über fast jede Mechanik reden. Denn so viele gibt es hier leider gar nicht. Das Einzige, was durchgehend positiv war im Spiel, war, dass ich als den einzig wahren Felix Blume spielen konnte, aka Kollegah, der Boss. Ich meine, schaut ihn euch doch mal an. Da bekommt man doch direkt Bock aufs Twitter-Tape-5, oder? Also, okay, ja, Spaß beiseite. Kommen wir jetzt einfach mal zu den ernsten Sachen. Und das wird durchweg negativ, leider. Tut mir jetzt schon mal leid. Bevor das Video aber richtig startet, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr mich natürlich auch sehr gerne kostenlos abonnieren könnt. By the way, schauen immer noch über 90% meiner Videos, die nicht abonniert haben. Drückt einfach diesen Knopf, dann habt ihr keine Sorgen mehr. Und ich vor allem auch nicht. Einen Daumen nach oben dürft ihr auch gerne dalassen und für mehr Support auch gerne ab 2 Euro Mitglied werden und so Livestream-LPs wie, ach, das aktuelle Callisto-Protokoll auf schwer nachanschauen, falls euch das Spiel dann doch zusagt und ihr meine Kritik nicht so verstehen könnt, oder ab dem 20. Dezember Skyrim Community anschauen könnt. Nun genug der Eigenwerbung, jetzt geht es los mit dem Thema. Callisto-Protokoll ist ein, in Anführungsstrichen, Horror-Shooter, der sehr ähnlich wie Dead Space aussieht und das kommt halt nicht von irgendwo her. Der Erfinder von dem damaligen Dead Space Original hat hier mitgemacht und selbst Teile des damaligen Teams haben mit an diesem Spiel hier gewerkelt und da muss ich ehrlicherweise mal fragen, wieso ist dieses Spiel dann hier wie eine Kopie nur auf Wish bestellt? Also jetzt mal ehrlich, was soll die Scheiße? Klar hat dieses Spiel auch irgendwie eigene Sachen, die es nicht bei Dead Space gab, aber genau diese Sachen sind mit das Schlechteste am gesamten Spiel. Und da übertreibe ich wirklich keineswegs. Der Nahkampf hier soll der Fokus des Kämpfens sein. Und ich liebe Nahkampf in vielen Videospielen, aber doch nicht in einem atmosphärischen, und ich meine das wirklich ernst, die Atmosphäre ist in diesem Spiel wirklich gut, aber doch nicht in einem atmosphärischen Horror-Shooter, wo man die Feinde ernst nehmen soll und auf Abstand haben möchte. Hier ist es eher so, dass man auf sie zurennt, weil man weiß, dass man das machen sollte und so lindert einem das die Angst beim Erkunden, für mich jedenfalls. Ich hatte die gesamte Zeit über nicht einmal ein Schauergefühl oder Angst, um die Ecken zu gucken und zu gehen und in einen dunklen Raum zu schauen. Nicht ein einziges Mal. Und nein, ich bin sonst wirklich ängstlich. Ich habe Visage nicht geschafft. Ich habe die, keine Ahnung, ersten 10 Minuten gespielt. Aber durch das Nahkampfsystem in diesem Spiel hier fühlt man sich einfach sicherer und das ist halt einfach schrecklich gelöst. Jetzt kommen wir aber zum Kampfsystem oder eher zum Krampfsystem allgemein. Und haltet euch fest, da muss ich leider richtig sauer werden. Wie kann man in einen Horror-Shooter ein Nahkampfsystem einbauen, das erstens komplett langweilig und schrecklich funktioniert? Du musst nach links oder rechts ausweichen, wenn ein Gegner angreift. Du darfst nicht zweimal nach links oder nicht zweimal nach rechts. Du musst abwechselnd links und rechts ausweichen. Alternativ, da haben sie einen eine Lösung geboten. Eventuell kann man auch nach hinten gehen, um zu blocken. Man kriegt aber immer Schaden. Klar, auf Schwierigkeitsgraden wie leicht oder vielleicht auch normal, ich weiß es nicht, da ist Blocken halt auch eine gute Lösung, aber auf Schwer halt nicht. Und da ich das auf Schwer gespielt habe, habe ich halt die Ausweichfunktion benutzt. Und die Ausweichfunktion ist einfach nur absurd. Das ist, ich verstehe das nicht, diese Ausweichfunktion ist so unbedacht einfach. Hast du einen einzigen Gegner vor dir, wirklich einen, egal was für einen Gegner, selbst einen fucking Boss, dann kannst du nach links und rechts ganz einfach ausweichen. Und das Beste daran ist, ihr müsst nicht den Stick irgendwie perfekt nach links oder rechts bewegen. Ihr könnt den einfach halten. Das heißt, ihr bewegt euch nach links, wenn ihr seht, oh, da ist ein Gegner, der kommt jetzt auf mich zu. Bewegt mich nach links oder rechts, zack, seid ihr ausgewichen. Danach greift er vielleicht nochmal an, dann nochmal nach rechts ausweichen. Oh, vielleicht greift er noch ein drittes Mal an. Das ist eine Premiere, das gibt es sehr, sehr selten. Ab der Hälfte des Spiels kommt das irgendwie nur, aber früher halt nicht. Dann müsst ihr nochmal nach links ausweichen. Und dann könnt ihr zuschlagen. Und wenn ihr dann das blockt, also der Gegner, dann dürft ihr auch, habt ihr da auch keine Bange. Dann müsst ihr auch einfach wieder ausweichen, bis ihr zuschlagen könnt. Mindestens bis, also maximal bis zu dreimal greifen die Gegner an. Und dann kommt das allerbeste. Es gibt eine Funktion, das ist auch neu. Das gab es, glaube ich, in Dead Space nicht. Ich will mich da jetzt nicht so dran ketten, ne. Aber die Gegner können mutieren. Und diese Mutationen sind wirklich, sehen wirklich richtig eklig. Und die sehen tatsächlich auch ein bisschen gruselig aus. Die sehen wirklich krass aus. Aber wisst ihr was? Ihr könnt einfach ausweichen nach links und rechts. Ist das nicht cool? Also ihr wisst, die können auch nichts anderes. Ihr könnt einfach nach links oder rechts ausweichen. Die ganze Zeit. Diese Mutationen sind nur tanky und machen mehr Schaden. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ihr einen Gegner vor euch habt, wie gesagt, egal ob es ein Boss ist oder ein anderer Gegnertyp, ihr seid eigentlich unbesiegbar. Wenn ihr nicht komplett doof seid. Also tut mir leid, wer das System bei einem einzelnen Gegner nicht anwenden kann, der ist für mich wirklich doof. Weil dieses System ist für dumme Leute gemacht. Es tut mir wirklich leid. Ich fand dieses System einfach grottenschlecht und leicht. Du musst nach links oder rechts ausweichen. Oder nach hinten verblocken. Aber hinten blocken macht kein Mensch. Denn das bringt dir halt auch nichts. Es bringt dir nichts. Außer du skillst das bei deinem komischen Schlagstock da. Dann kann das was bringen. Aber das sind verschwendete Ressourcen, die sollte man vielleicht in die Schusswaffen machen. Also wirklich, dieses Nahkampfsystem ist wirklich absolute Grütze. Und das Schlimmste dabei ist, kommt ein zweiter Gegner dazu, ist dieses Nahkampfsystem unbedacht dumm. Denn dann habt ihr eventuell gar keine Chance mehr. Also ihr werdet auf jeden Fall dann getroffen, wenn zwei Gegner da sind. Weil die greifen teilweise auch manchmal gleichzeitig an. Und dann weicht natürlich Jacob, so heißt der eigentlich wirklich der Charakter, einmal nach links aus. Aber der andere trifft dann halt automatisch. Also wenn du mehr als einen Gegner hast, ist dieses Nahkampfsystem absolut schlimm. Weil es nicht durchgedacht ist. Und wenn du einen Gegner vor dir hast, ist es total einfach und du bist einfach ein Gott. Du brauchst dann auch gar nicht schießen. Du brauchst bei den Mutationen auch gar nicht schießen. Du musst einfach nur ausweichen. Ich check das nicht. Wie kann man so ein absolut dummes System machen? Es tut mir leid, dass ich so sauer dabei werde. Ich habe dieses Spiel bis zur Hälfte wirklich sehr gerne gespielt, weil das irgendwo noch immer eine neue Mechanik kam. Entweder kamen irgendwelche Nester dazu, wo einen was packt. Oder es kamen irgendwelche Spuckheinis dazu. Die machen sogar ein bisschen Fernkampf. Aber ich glaube, das sind sogar die einzigen, die Fernkampf machen. Alle anderen sind auf Nahkampf getrimmt. Das ist halt auch so eine Sache. Einfach nur dumm. Und dann ab der Hälfte müsst ihr schleichen. Klar, wenn ihr auf leicht spielt, dann müsst ihr nicht schleichen. Dann könnt ihr auch durchballern und alles. Aber wenn ihr auf schwer spielt, dann lasst es halt dafür da, zu schleichen. Weil die Gegner hören euch halt nicht. Äh, die sehen euch nicht. Die hören euch nur. Außer ihr wurdet gehört, dann sehen sie euch auch quasi. Also die können euch dann tracken, so gesehen. Aber wenn die euch nicht hören und ihr schleicht, dann könnt ihr sie alle nacheinander abmoksen. Das große Problem dabei ist aber, dieses Abmoksen ist eigentlich ultra laut. Ihr murkst einen ab von hinten mit einem Messer, der ist dann One-Hit. Und man hört nur das Blutspratzen, man hört, wie der Stich reingeht. Jacob schreit sogar ein bisschen, das Vieh schreit auch. Der Gegner, der neben euch gerade vorbeigelaufen ist, weil er auch blind ist, der hat das einfach nicht gehört. Also da dürft ihr keine Angst haben, ja. Das ist eigentlich komplett silent. Diese ganze, ähm, Mechanik von wegen, dass ihr killen könnt von hinten. Die ist silent. Aber es kommt halt nicht so rüber. Das muss euch erstmal klar werden. Wenn euch das klar ist, dann seid ihr auch, was das angeht, eigentlich unbesiegbar. Denn die, ihr müsst einfach nur die Routen abwarten. Manchmal dauert das auch echt lange. Also es hat sich wirklich gezogen, dieser Part. Und dann ab dem Ende, wo dann der erste Miniboss kommt, da ist das Spiel dann komplett scheiße. Es tut mir wirklich leid. Aber dieser Miniboss ist halt einfach nur nach links und rechts ausweichen, nach hinten laufen, schießen, links und rechts ausweichen, nach hinten laufen, schießen, links und rechts ausweichen. Der kann nicht mehr, der kann nicht weniger, der ist einfach nur langweilig und kacke. Der ist zwar groß und cool designt, die Designs sind wirklich gar nicht mal so schlecht in dem Spiel. Aber holy shit, das Kampfsystem ist komplett für den Arsch. Und dann kommen wir jetzt nochmal zur Waffenvielfalt. Die Waffenvielfalt ist, also, ich hab noch nie in einem Spiel, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler. Oder ich hab noch nie in einem Spiel erlebt, in einem Horrorshooter, wo man wirklich in der Zukunft ist und experimentieren kann mit Waffendesigns und Waffenfähigkeiten. Alter, es gibt zwei Schrotflinten. Warum gibt es zwei Schrotflinten? Wir sind hier nicht bei Doom, wo das vielleicht Sinn macht. Aber doch nicht in dem Spiel hier. Es gibt eine Schrotflinte, die bastelt ihr selber und eine, die kriegt ihr von einem Charakter. So, warum kriegt man nicht irgendwas Cooleres? Dann gibt's noch einen normalen Revolver und noch andere Sachen, die ich jetzt nicht spoilern würde. Das sind die einzigen drei, die ich jetzt hier gesagt hab. Aber es sind nur langweilige Waffen. Es ist nichts Experimentelles und Cooles dabei, was dieses Spiel vielleicht ein bisschen hervorhebt. Wie der Plasmakutter aus Dead Space beispielsweise. Der war cool. Der war neu. Der ist immer noch eine der coolsten Waffen in so welchen Spielen. Weil der einfach die Gliedmaßen abtrennen muss. Und Gott freue ich mich auf das Dead Space Remake. Holy shit, ich hab nicht gedacht, dass Kalisto-Protokoll für mich so ein Reinfall wird. Und es war bis zur Hälfte wirklich ein recht okayes Spiel. Da war es eine 5 von 10. War nicht außerordentlich gut. Die Grafik ist auch, die ist gut, ja. Die ist jetzt nicht topnotch, aber die ist wirklich gut. Topnotch halt im Sinne von God of the Ragnarok. Das hab ich halt davor gespielt. Das sieht halt für mich tausendmal besser aus. Aber an sich ist die Grafik wirklich gut. Die kann sich sehen lassen. Die ist wirklich, die Lichteffekte sind schön. Die ganze Atmosphäre wird dadurch auch nochmal richtig gut hervorgehoben. Aber ansonsten gibt es nichts, was sich wirklich lohnt. Denn das Spiel ist auch noch echt kurz. Und ich habe es auf schwer gespielt. Und habe, keine Ahnung, 9 Stunden gebraucht. Oder 10 vielleicht. Ich glaube, es waren 9. 9 Stunden habe ich dafür gebraucht. Was soll das? Also, tut mir leid, ich hab einen gelesen. Der hat gesagt, der hat 22 Stunden auf schwer gebraucht. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin froh, dass ich das nicht so lange brauchte und einfach ein guter Spieler anscheinend war und bin. Aber weil dieses Spiel einfach ab der Hälfte einfallslos und langweilig ist. Aber wenn dieses Spiel gut wäre, wäre ich darüber ehrlich gesagt auch traurig, dass ich nicht so lange gebraucht hätte. Jetzt bin ich froh drüber, weil ich weiß, dass das Spiel nicht gut ist. Das einzig Gute noch, und das will ich jetzt hier nicht spoilern, aber der Bosskampf, der letzte, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Der ist mal was anderes. Aber alles, was ab der Hälfte und vor dem letzten Bosskampf kommt, ist absolut langweilig und irgendwie dahingerotzt. Ich hab das Gefühl, die haben auch einfach dieses Spiel vergessen gehabt. Die haben das Spiel ein Jahr lang entwickelt, haben sich gesagt, so, wir fahren jetzt mal ein Jahr lang im Urlaub und danach gucken wir mal weiter. Und dann haben sie gemerkt, oh, scheiße, stimmt ja, wir haben ja noch das Spiel. Machen wir das mal zu Ende. Hier hauen wir mal viermal den Miniboss rein, der als normaler Gegner dann irgendwie kommt und absolut langweilig ist und nur frisst und tanky ist und sonst nichts kann. Und One-Hit macht immer, egal ob auf Leichtmittel oder Schwerde, macht immer One-Hit. Wieso denkt man sich sowas aus? Wieso wurde man so einfallslos ab der Hälfte? Ich check das einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Und ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Thema. Es gibt natürlich auch so ein Stase-Modul, wo du Gegner reinwerfen kannst. Teilweise, also, gibt es viel zu viele Dinge, die du da benutzen kannst. Also, du kannst die Gegner wirklich sehr oft in diese Stacheln schießen oder runterwerfen. Das ist vielleicht eine coole Alternative. Ich tatsächlich brauchte das relativ wenig auf Schwer. Ich kam auch so gut durch, weil man sehr viel Heilung hatte, weil man auch sehr viel Munition hatte, außer gegen Ende, da musste man ein bisschen was craften. Aber an sich ist dieses Spiel wirklich nicht schwer. Auch auf Schwer ist es nicht schwer. Also, ja. Und das mit diesen ganzen Fallen und so, das ist eine nette Spielerei, dass man die da reinschubsen kann und reinwerfen kann. Aber das ist nur nebensächlich. Und das ist teilweise, manchmal sieht das auch echt ein bisschen out of space aus. Also wirklich, du läufst da durch so einen geilen Gang und dann siehst du da so, ich weiß nicht, war das gelb, gelbe Stacheln, die da so rausgucken, so komplett random an der Wand. Weiß ich nicht. Klar, man kann natürlich auch sagen, ey, das spielt doch in einem Gefängnis. Überall sollen noch Fallen sein. Und ja, das ist auch wahr, aber dann sollen doch die Fallen nicht so dumm platziert sein. Wer soll denn da reinlaufen als Häftling? Also, hä? Weiß ich nicht. Ist ein bisschen komisch designt. Und ja, weiß ich nicht. Finde ich einfach alles komisch. Und die Bugs, da kommen wir jetzt zum Schlimmsten. Nach dem Nahkampfsystem, es ist wirklich scheiße verbuggt. Also ich habe es auf der PS5 gespielt und ich hatte keine Lags. Anders als die PC-Spieler leider. Und manche haben auch gesagt, die Xbox-Spieler hatten das auch. Sowas tut mir einfach leid, weil gerade die Xbox- und Playstation-Spieler, ich glaube, auf dem PC kostet das 60 Euro. Und wir müssen ja mal 10 Euro mehr zahlen. 70 Euro. Und dann wurde die PS5 anscheinend ein bisschen besser optimiert. Also das Spiel dafür, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Finde ich ein bisschen frech. Also bei sowas sollte man sein Geld zurückverlangen dürfen. Auch wenn man mehr als 2 Stunden gespielt hat. Und ja, keine Ahnung. Finde ich einfach nur frech. Auch ich hatte teilweise Bugs, wo ich mir dachte, das habe ich noch nie in einem Spiel gesehen. Du speicherst bei diesem Spiel. Automatisch und auch manuell. Wenn du aber manuell speicherst, kommst du nicht, wenn du aufhörst, an dem Punkt wieder raus. Sondern du kommst am letzten Checkpoint raus, dem das Spiel dir gegeben hat. Das heißt, selbst wenn du jetzt denkst, ach, keine Ahnung, oh, neues Kapitel fängt an, ich speicher mal lieber. Nö, wenn du neu startest, fängst du vor dem neuen Kapitel an, weil da erst irgendwo ein Checkpoint gesetzt wurde. Und das teilweise sogar echt ewig davor. Also bringt dir speichern gar nichts. Du musst warten, bis das Spiel automatisch dir ein Checkpoint setzt. Wie dumm kann ein Spiel programmiert sein? Dieses Spiel, ja, wirklich, ich habe sowas nicht mal erlebt. Damals, das war 2007 glaube ich oder so, mit Bioshock 1. Das Spiel hat es besser hinbekommen. 2007. Da waren viele von euch noch nicht mal geboren. Okay, das war jetzt ein Spaß. Aber, ich weiß nicht. Es gibt auch Leute, die dieses Spiel verteidigen und besser als Dead Space finden. Habt ihr aber Dead Space gespielt? Ja, ich weiß, das ist Geschmackssache, Meinung und alles mögliche. Aber wirklich, keiner, der Ahnung von Dead Space hat, sagt, dass dieses Spiel hier besser ist. Das kann, das kann niemand ernst meinen. Dead Space hatte Todesatmosphäre, also wirklich krasse Atmosphäre, krassere. Man hatte Respekt von den Gegnern, weil man sie abschießen musste. Man musste sie abschießen. Und, es war einfach gruselig. Da waren auch Sachen dabei, die einfach auch neu waren. Und das hier ist einfach, hier fehlernt auch Sachen, die Dead Space auch so krass gemacht haben. Hier gibt es keine totgestellten Leichen oder sonst was. Es ist einfach lieblos irgendwie. Und das finde ich schade. Ich hatte sogar Bugs, wo ich, als ich in der Hauptstory war, da musste ich zwei solche Viecher umbringen. Und, das habe ich dann nicht gemacht, weil ich zurückgegangen bin und in den Nebenraum gegangen bin. Dann habe ich die Nebenräume gemacht, bin zurückgekommen und die Gegner waren weg. Ich habe die nicht getötet, gar nicht. Die sind einfach verschwunden, weil die Musik weg war. Weil immer, wenn Gegner da sind, dann kommt halt so eine Musik. Ja. Und wenn die Musik dann weg ist, weil ihr zurückgegangen seid und ihr geht wieder hin, sind die Gegner auch dissipiert. Die sind einfach weg. Warum ist ein Spiel so kacke programmiert? Das kann man doch... Also da müssen sie echt nach, wirklich krass nachpatchen, was die Bugs angeht und die Checkpoints. Ich glaube, bei den Checkpoints haben sie sogar schon ein bisschen was getan. Das war am Anfang deutlich schlimmer. Aber, Junge, also, wie kann man so ein Spiel so verhunzen? Vor allem, wenn man sich damit brüstet, ich bin der Schöpfer von Dead Space. Ich kann Spiele machen. Ich habe jetzt das perfekte, den perfekten Nachfolger gebaut. Nein. Du hast ein Spiel gemacht, was tausendmal schlechter ist als Dead Space. Leider Gottes. Warum auch immer das so ist, ich check das selber nicht. Geldprobleme vielleicht? Maybe? Ich weiß es nicht. Wenn man sich damit so brüstet und dann so einen Haufen hingesetzt bekommt. Es tut mir leid. Also, verstehe ich einfach nicht. Und ich glaube, das war es jetzt hier auch mit der Review. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, was schrecklich an diesem Spiel ist. Ich will nur noch ein paar positive Sachen gegen Ende sagen, damit ihr nicht mit einem Kotzgefühl rausgeht, falls ihr das Spiel wirklich mögt. Ich hatte bis zur Hälfte des Spiels wirklich Spaß. Ich hatte auch nach der Hälfte noch ein bisschen Spaß. Ich hatte ab den letzten 20% keinen Spaß mehr, weil sich alles wiederholt hat, weil viele Minibosse wiederkamen, die als normale Gegner dann irgendwie waren, weiß ich nicht. Einfach, weil es lieblos war. Die Story wurde zwar ein bisschen cooler dann, irgendwie, aber ich habe mich dafür dann gar nicht mehr interessiert, weil das Gameplay einfach nur noch langweilig war. Und falls ihr auf sowas aber steht, dass ihr irgendwann nichts mehr Neues dazu bekommt und einfach nur noch, ja, ballert oder Nahkampf prügeln müsst und immer dasselbe machen müsst, dann ist das Spiel vielleicht für euch gut. Für mich war es dann irgendwann langweilig. Das Spiel hätte wirklich viel, viel besser sein können. Denn Grafik ist top, Atmosphäre ist top, der Grusel ist absolut gar nicht vorhanden, also die Jumpscares teilweise auch, da kam der Jumpscares-Sound bevor das Vieh überhaupt kommt und das hat einen nicht mal erschrocken und, also wirklich, ich weiß nicht. Ich würde euch das Spiel ja sehr gerne ans Herz legen und sagen, kauft es euch unbedingt, aber wartet bitte, bis das Spiel nur noch 20 Euro kostet oder so. Dann ist es das wert. Aber so jetzt, ne, absolut keine Kaufempfehlung. So null. Ja, jetzt habe ich ja doch mehr oder weniger 80% Freestyle gemacht. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich war so gerade in Rage und, ja, ich habe nicht wirklich viel Positives zu sagen, bis auf die paar Punkte. Das, der Charakter ist cool, okay, die Deutschen sind groß, übrigens auch schrecklich, stellt das Spiel auf Englisch bitte, die Synchronisation passt nie zu den Lippen. Ganz, ganz schlimm. Im Englischen sieht es deutlich besser aus. Sogar eigentlich fast schon perfekt. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin ein bisschen, also das ist meine Enttäuschung des Jahres. Ganz klar. Calista-Protokoll gegen Ende des Jahres dann doch nochmal so eine Enttäuschung. Hätte ich nicht für Möglichkeiten, kann man aber auch nicht ändern. Die Entwickler können es ändern. Wir leider nicht. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich weiß auch schon, was das für ein Thema wird. Das dauert auch nicht mehr allzu lange, bis das dann kommt. Haut rein und ja, viel Spaß euch, vielleicht, wenn ihr Calista-Protokoll spielen wollt. Ich kann es wie gesagt nicht empfehlen, aber wenn ihr daran Spaß habt, dann ist es natürlich eure Sache. Dann würde ich euch das auch nicht nehmen. Habt weiterhin Spaß mit solchen Spielen, wenn ihr das denn wollt und es ist immer noch Geschmackssache, klar, aber wer sagt, es ist besser als Dead Space, der hat den Schuss nicht richtig gehört. Bis zum nächsten Video und Tschüss.